Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, er schaut zwar nicht so aus, aber dieser Mann hier ist eigentlich, was den Faschingszug in München betrifft, der wichtigste Mensch in diesem Jahr. Weil er ist der Ganze, der es organisieren muss. Der wieviel Zug ist denn das, den Sie organisieren? Für München selber, für uns das Erste. Aber wir hatten ja schon 16 vor uns. Ja, 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 da waren Sie praktisch Assistent, oder? Auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sowas ja wirklich eine gewisse Herausforderung ist, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Und vor allem, wenn er dann so groß wird. Jetzt habt ihr, glaube ich, bei 65 Teilnehmergruppen, habt ihr jetzt zutraut, oder? Ja, nicht ganz. Aber wir sind wirklich am Limit. Ich muss aber ganz offen sagen, ich bedanke mich auch recht zu den KVR, die uns unwahrscheinlich unterstützen in der Hinsicht mit allen Fragen, mit allen Belangen. Also die sind offen für alles gewesen. Und wir waren noch nie so früh mit der Planung fertig wie dieses Jahr. Ja. Das hat aber auch mit Ihnen zu tun. Und weniger mit dem KVR, oder? Was war die größte Herausforderung, nur dazu, wenn es so früh ist? Die Abwicklung mit den Leuten in Kontakt zu treten, dass die Anmeldungen umfangreich sind, dass man hinterher telefonieren muss? Also hinterher telefonieren weniger. Es war halt hauptsächlich erst einmal die ganzen über zu organisieren. Was schreibt man rein? Was sind die Auflagen? Was möchte die Stadt München haben? Wo ist der Zugweg vor allen Dingen? Wo kommen wir durch? Weil München hat sehr viele Baustellen, die wir so früher nie hatten. Welche Baustellen bestehen noch während des Zuges und welche ist dann schon weg und so weiter? Also so mussten wir planen. Und wir sind froh, dass wir jetzt wieder über die Neuhauser Straße und Kaufinger Straße gehen dürfen, dass wir auch einen Weg gefunden haben, überhaupt dort hinzukommen. Und wie gesagt, die größte Herausforderung war dann auch noch, den Stellplatz zu finden. Wo stellen wir uns auf? Aber ich glaube, es ist eine gute Lösung, dass wir jetzt, wo wir losfahren, auch aufhören. Michael Blauzun, Damen und Herren, ist der Oberfalke, der Falken, Turmfalken, die eigentlichen damischen Ritter sind. Also sie sind übers Jahr getarnt, das muss man wissen. Und dann plötzlich, so Anfang des Jahres, setzt dann die Metamorphose ein, oder? Genau, genau. Dann wechseln wir und dann legen wir mal kurz das Turmfalken im Leben ein bisschen ab. Und dann werden wir zu den damischen Rittern. Und so kennt man uns in München und aufgrund der Faschingsbälle, des Faschingsumzuges, des Kinderballs, was wir alles so schönes im Fasching machen. Und ja. Leider gibt es keinen damischen Ritterball mehr. Es gab mal zwei an der Zahl. Das waren so die Highlights für mich, wenn ich die Berichte als Sechsjähriger über diesen damischen Ritterball, über beide lesen konnte. Warum gibt es dieses Jahr nur noch einen Kinderball? Weil, wenn man einen damischen Ritterball machen möchte, müsste man, um ihn vernünftig auszustatten, 60, 70 Euro Eintritt nehmen. Und die sagen mal ein junges Pärchen, 60, 70 Euro Eintritt, die zahlen schon mal 150 Euro Eintritt, essen und trinken dazu 200 Euro, zahlen junge Leute nicht, die holen sich dafür gescheite Eintrittskarten fürs Olympiastadion und schauen sich irgendein Konzert an. Sie haben unter diesen vielen Anmeldungen auch eine Anmeldung vom Radlentscheid gehabt, die Sie aber ablehnten. Worauf Ihnen der Wind ins Gesicht geweht ist. Warum haben Sie das gemacht? Ganz einfach. Es ist ein Faschingsumzug. Wir wollen gute Laune verbreiten. Das heißt, wir wollen Stimmung machen, positive Stimmung und es nicht als politische Bühne nutzen. Wir haben natürlich die Stadtratsfraktionen wieder alle eingeladen, auch mit einem eigenen Wagen dabei zu sein. Aber wir möchten nicht, dass es eben eine Bühne ist, wo man, ja, ich sag mal, politische Meinungsmache machen kann. Und insofern haben wir gesagt, wir fangen hier an, dass wir sagen, egal, man kann zum Radlentscheid stehen, wie man möchte. Man kann das gut finden, man kann das weniger gut finden. Wichtig ist halt, wenn wir einen Bürgerentscheid zulassen, dann wissen wir nicht, was nächstes Jahr ein Bürgerentscheidung kommt. Und dann heißt es ja letztes Jahr hinzugelassen, also müsst ihr ja nächstes Jahr auch wieder hinzulassen. Wo sind Sie her? Ich? Ja? Ich bin Niedersachse. Niedersachse, okay. Darum gibt es jetzt nicht so die großen Faschingszüge. Aber wenn Sie sich an die Faschingszüge in Düsseldorf oder Köln erinnern, da ist ja praktisch jeder Wagen eine politische Aussage. Ja. Warum haben Sie nicht, man könnte doch sowas dann auch als Chance nehmen, dass in München der Faschingszüge auch mal so ein bisschen seine Erscheinung ändert. Was die Faschingszüge, was die Faschingsvereine machen als Motto, das bleibt Ihnen natürlich selber überlassen. Aber wie gesagt, ein Bürgerentscheid ist für mich ein politisches Instrument und das hat auf einem Faschingszug einfach nichts zu suchen. Wie gesagt, ich finde es gut, was der Radlentscheid macht, aber ich möchte hier einfach Vorsorge treffen, dass wir nicht in Zukunft da irgendwie Probleme bekommen. Jetzt meine letzte Frage, ich meine, so ein Faschingszug verursacht ja Kosten. Wir haben heute dieser Pressekonferenz gehört, das ist für die Bürger kostenlos. Wie lange kann ein Verein wie der Ihre diese Kosten noch tragen? Oder ist das eher mittlerweile durch Teilnahmegebühren? Ich weiß es ja nicht, sodass Sie da eher unterm Strich mit schwarzen Zahlen rauskommen. Also wir haben ihn jahrelang selber bezahlt und irgendwann haben wir gesagt, liebe Stadt München, wir können es nicht mehr selber zahlen. Und danach hat der Stadtrat beschlossen, wir unterstützen das Ganze und somit sind wir heute in der Lage, auch den ganzen Gruppen eine kostenlose Teilnahme zu ermöglichen. Ja, und insofern passt das, glaube ich, für alle Seiten gut, dass wir am Sonntag eine richtig schöne Party feiern. Ich hoffe, du bist dabei. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe das jetzt gelernt, was man dann sagen muss. Oh mai, oh mai, oh mai. Oh mai. Genau, das ist der Ruf, der dummische Ritter im Fasching. Also nicht Hello oder Alarf, sondern bei uns heißt es Oh mai, oh mai, oh mai. Und das wird in erster Linie natürlich von unserem Herzog Kasimir, der hoch zu Ross, dann den Faschingszug anführen wird. Wir waren ja dabei, wie das Pferd auf dem Wagen. Man muss halt dann zurückrufen, Oh mai, kann man sich merken. Ist nicht schwierig. Ja, ja, ja. 13.13 geht es los. 13.13 am Sonntag hinter dem Viktualienmarkt und dann geht der Zug einmal um die Strandhalle rum, am Kaufhaus Konen vorbei, am Hirmerparkhaus, dann Fußgängerzone und dann kommen wir über den Marienplatz. Und da, ja. Unvergessliche Erlebnisse. Der Faschingszug, ich bedanke mich, Herr Präsident. Dankeschön. Diese Herren, Damen und Herren, ist bei der Nahalla für die Finanzen zuständig. Und jetzt möchte ich mal einfach diese freche Behauptung treffen, auch im Fasching reagiert praktisch doch irgendwie das Geld, die Welt. Ihr feiert das Jahr 130-Jährige. Habt ihr nicht Angst, dass dann bei diesem Glanz die Darmischen Ritter da auf sich ziehen, natürlich durch Veranstalter und die Anführenden in diesem Zug, ihr ist ein bisschen in den Schatten geratet? Nein, ganz und gar nicht. Die Darmischen Ritter sind Freunde, sind gute Freunde. Wir arbeiten eng zusammen, wir haben ganz viel Spaß miteinander. Wir dürfen den Zug ja mit anführen mit Ihnen gemeinsam. Wir sorgen für die gastronomische Umrahmung. Also da ist schon viel geboten und es macht dann wirklich ganz viel Spaß zusammen. Und zu den Finanzen, ja, das gehört dazu, auch in 130 Jahren. Gemeinnützigkeit und karitatives Tun muss unterstützt werden. Wir brauchen immer wieder Sponsoren, wir haben Mitgliedsbeiträge, aber das gehört alles so ein bisschen zusammen. Das ist das, was ich bei diesen Leuten immer herausragend beeindruckend finde, dass praktisch die, die Arbeit als Spaß empfinden. Wie macht man das, dass man die spaßige Seiten der Arbeit immer noch im Vordergrund sieht? Weil, was ihr macht, ist ja wirklich Arbeit, nicht? Ja, das ist viel Arbeit, aber das ist gute Arbeit. Und es macht auch wirklich Spaß, weil man kriegt so viel zurück, man kriegt Applaus, man kriegt leuchtende Kinderaugen, man schaut in fröhliche Gesichter in Seniorenzentren und es macht einfach ganz, ganz viel Spaß, weil ganz viel zurückkommt. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel Damen und Herren, das ist unser Münchner Wirtschaftsreferent. Sie kennen ihn, Herr Baumgärtner. Ich habe lange Zeit immer gedacht, das ist eigentlich ein tolles Amt, was Sie haben. Wissen Sie, man ist zuständig für die Wiesen. Jetzt erfahre ich, dass Sie auch beim Münchner Faschingszug ein nicht ungewichtiges Wörtchen mitzureden haben. Ja, doch! Und Sie haben vor allem diesem Faschingszug auch die Wege bereitet. Es ist ja voller Lob, was da mittlerweile über die Stadt sich ergießt, weil es ist ja mittlerweile nicht nur so, dass Sie das gestatten, sondern auch finanziell unterstützen. Also erstens mal gefreut es mich, da bin ich jetzt ganz sprachlos bei so viel Lob. Aber in der Tat, wir unterstützen es deswegen, weil wir glauben, dass es erstens ein Angebot ist für die Münchnerinnen und Münchner, wo sie nichts zahlen müssen, wo man mit Verkleidung, ohne Verkleidung hingehen kann, wo man im Wirtshaus was essen geht kann, wo man also Essen aber auch mitbringen kann, wo man mit den Kindern auch Spaß und Freude haben kann, wo man allein auch Spaß und Freude haben kann. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber, dass wir natürlich auch die Leute wieder in die Innenstadt sehen wollen. Die Innenstadt lebt nur dann, wenn Menschen da sind. Und über Corona ist das leider schon ein bisschen geübt, dass man nicht mehr in den Start geht, sondern eher rausfährt. Und wir wollen natürlich... Da war der Marienplatz mal vielleicht leer. Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Das war, nein, das sagt man spooky. Spooky, ja. Also ich habe es kreislich gefunden, wenn er leer ist. Und wir wollen natürlich auch mit dem Faschings treiben, die Leute wieder an den Viktualienmarkt, in die Innenstadt, am Marienplatz zurückholen. Wir haben gesehen, dass das ganz gut funktioniert. Beim Christkindernmarkt, wir die Krampusse, einen Krampuslauf gemacht haben, da war es bummvoll. Und ich glaube, das gewöhnt die Menschen wieder daran, dass man auch in die Innenstadt gehen kann, dass es auch eine Zeit nach Corona gibt. Also wir haben schon auch ein wirtschaftliches Auge drauf, dass die Innenstadt belebt ist. Denn nur eine belebte Innenstadt hält all die Angebote für unsere Münchnerinnen und Münchner bereit. Wir kriegen ja auch viele Gäste von auswärts. Es gibt ja auch viele, die von draußen nach München kommen, um zu den Fasching zum Uschern. Und ich glaube, da haben wir eine gute Mixtur gefunden aus einem Angebot für die Münchnerinnen und Münchner. Ja, und das ist ja der Unterschied zwischen einer Münchner Innenstadt und irgendeiner beliebigen Innenstadt, auch schon in Deutschland, aber vielleicht öfters auch in US-Amerika. Und das musst du pflegen, das kommt nicht von selber, das muss man fördern, dass eine Innenstadt belebt ist. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Da sind auch ganz viele andere dabei, aber wir wollen unseren aus dem Wirtschaftsreferat, aus unserer Zuständigkeit sehenden Teil dazu beitragen. Und der Fasching ist ein kleiner Baustein in dieser Strategie, aber er ist ein wichtiger Baustein, weil er eben wieder eine Freude machen soll, dass du den stark gehst. Jetzt letzte Frage, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lobhudeln anfangs zurück. Hoffentlich wäre ich nicht gleich so ganz rot. Nein, aber Sie müssen ja da dann überall auch mitmachen, oder? Es langt ja nicht, wenn man da vom Schreibtisch aus versucht, da Einfluss zu nehmen, sondern da ist man als Wirtschaftsreferent ja auch gefragt. Wie schaffen Sie denn die ganzen Termine? Ja, weil, indem man halt da ist und uns hinschackt, ist da gar keine Frage, ob du das schaffst, sondern du musst halt einfach da sein. Und auch beim Fasching werde ich mir das schon selber anschauen, was wir da fördern. Und vor allem am Sonntag gehe ich auch mit beim Faschingsumzug. Das wird noch... Sie gehen mit? Ist der schon da, der das glaubt? Ja, ja. Also wir fahren vielleicht eher. Fahren vielleicht eher. Aber ich glaube, das wird ganz nett werden. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, vielleicht der eine oder andere. Auf den Faschingsumzug geht es nicht auf nie, aber ich glaube, das lässt sich schon sehen. Wissen Sie, was ich als letztes Problem sehe, wir haben jetzt dieses Jahr bei dem Faschingszug 2.500 Teilnehmende. Und wenn sich das dann noch weiter rumspricht, dann haben wir mal 3.000. Dann müssen Sie einer irgendwann einmal überlegen, wenn Sie dann nicht nur jetzt den Däumischen Rittern das überlassen, dass Sie sagen, jetzt langs, sondern vielleicht einmal ein bisschen vorrauben, dann von dem Referat her in die Wege leiten, oder? Die Däumischen Ritter haben das in der Vergangenheit gut gemacht und die werden das auch in der Zukunft gut machen. Und wenn das das einzige Problem ist, dass wir zu viele Leute da haben, ich glaube, da können wir alle zwei ganz gut damit leben. Ich bedanke mich, Herr Referat. Aber bitteschön. Damen und Herren, das war praktisch das Schlusswort. Jetzt fehlen nur noch Sie. Ich sage es ganz deutlich, Sie können dabei sein. Das Wetter ist gigantisch. Nehmen wir Sie einen Ringschirm mit, aber nicht, damit Sie sich vor der Sonne schützen, sondern verkehrt am Hoch halten. Ich glaube, zu drei Tonnen, weil Sie da am Schnurritte unterteilen, was Gurdl anbetrifft, und dann sind noch andere Wagen da. Also probieren Sie es einfach aus, ob Sie den Segen von oben nach Hause mitnehmen können. Schöner Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus und Vergott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von M-Plakat. Das war der Münchner Stadtrundgang. outros waren es nicht mehr so. Das war der Münchner Stadtrundgang. Dimmst ein överg—— Untertitelung des ZDF für funk, 2017